Ein weiterer unglaublicher Tag für dich. Du hast eine wunderbare Rage gemacht, aber du hast nur ein wenig gewonnen. Ja, denn wir sind 8 Riders, zwei von Arkea und zwei von Wanti. Und ich dachte, wenn Wanti attack, Wanti catch, aber wenn Wanti attack, Wanti catch, aber wenn Wanti attack, er ist stark, und wir können ihn nicht catch. Nachdem ich den Sprint in 100 Meter angefangen habe, bin ich in der Gruppe. So, nach dem Crash in Giro d'Italia, bist du vollständig zurückgekehrt. Und jetzt müssen wir warten, um Adriatica Ionica zu sehen, dass du gewinnen. Ja, denn ich hatte ein schlechtes Crash in Giro. Und ich bleibe sechs Tage nach meinem Crash in Giro. Und in einer Phase habe ich in der Top 10. Nachdem ich eine Schmerz auf dem Stomach und den Crash habe. Jetzt bin ich sehr gut. Jetzt warten wir für die nächste Rage, Adriatica Ionica. Vielen Dank.